Willkommen zurück zu Loil mit Jigo und Meka Gretel Wir sind mal wieder auf Sendung! Finally! Ja, wieso für die Zuschauer war es ja nicht mehr unterstützt? Okay, ihr habt unser Video. Nur für uns waren es 2 Monate. Für uns waren es 2 Monate, in dem wir nicht hier zusammengeschickt haben. 2 Monate und 1 Tag, um genau zu sein. Um genau zu sein, Mama. Also, bei mir ist es auch so lange das letzte Mal Loil mit denen her, also ne? Ich bin... Scheiße. Was soll ich denn nehmen als erstes? Äh... Okay, ich glaub das irgendwas passiert, dass ich jetzt einfach nur... Die Zeit ist nur geliehen. Willkommen im gebundenen Wald. Mein Gott. Hast du die Kur als erstes? Ne. Das ist mir nicht geantwortet, was ich halt erstes nehmen soll. Ich hab die Weh als erstes, weil es irgendwas passiv ist. Pass auf nicht, dass der voll dichter ist. Ungefähr da. Ich hab aufgepasst, aber er hat mich trotzdem getroffen. Nein. Ja, fuck was. Wenn mir nicht drücken wird. Wacht. Die Spätigkeit. Die Spätigkeit. Die dumme Nuss halt. Die ist tot. Tötet sie. Das ist dein Kind. Hier, die Kindle Anna. Wie schlecht die sind. Ist der Wahnsinn. Ey, du gehst Bad. Ich geh top. Ja, aber ich dachte, die läuft hier hoch und du kriegen die aus. Ey, du gehst, du gehst Bad. Ja. Ja. Der Verbrust läuft hier hoch. Da habe ich meinen Orientierungs-Sinn spontan verloren. Ich bin wieder von dem Kack-Sperr getroffen. Ich bin jetzt wieder richtig schlecht. Also ich bin noch schlechter als die Gegner. Meine Bestimmung ist klar. Ähm. Warum kommt der Typ hier eigentlich nicht? Ist der deprimiert, weil er... WTF? What? Okay, ich habe auch... Du kannst das jetzt wieder draußen. Oh, wir sind zwei und ich bin nur allein. Das ist unfair. Nein. Was zur Hölle? Was nicht. Lauf. Komma. Warum kommt ihr mich nicht bewegen? Das ist unfair. Täter. Es ist nicht schlecht. Schlechtigermaßen. Es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht. Schlechtigermaßen. Nein. Ich bin auch nicht viel besser. Würde ich nur noch gesagt. Ich bin auch nicht viel besser, wird das nur noch gesagt. Jax bewegt sich immer noch nicht. Ja, der ist auf Kale Sack. Bin er noch schlimmer als ich? Nein, geh auf die Botlane. Ich will aber hier den Altar haben. Ja, aber lass dich nicht catchen. Wenn du dich anstrengst, dann können wir das sogar gewinnen. Klar. Du hast null Farm, also das ist schon mal nicht gut. Ich würde mich die ganze Zeit töten. Aua. Warum macht dein Speer mehr Schaden als mein Speer? Das ist irgendwie fies. Weil das bei ihr so ist. Ich hab jetzt nicht sozial. Hauptsache lädt schneller auf und macht mehr Schaden. Du musst sagen, wenn die fehlen, gell? Äh, die fehlen. Ich glaub, du solltest da abhauen. Ich hab alles unter Kontrolle. Lass dich möglichst wenig vom Blitzcrank geraten. Und möglichst wenig von den Speern. Ne, ich wurde grad nicht getroffen, also ich gleich gewohnt. Ich bin jetzt dringend drin, aber ich muss die nur jetzt legen. Achtung! Komm! Oh, das wäre unnötig. Geh weg, geh weg! Unter dir? Oder vor dir? Keine Ahnung. Ass? Nein, kein Ass. Oh, Udi ist so ein Viech, Mann, Gott, dass ich Udi genommen habe. 6-0-0! Fick, Mann! 1-1-2-0! Das wäre für meine Verhältnisse auf jeden Fall! Das geht immer ziemlich gut. Okay. Aber wenn ich jetzt sage ich top, kannst du mir das erklären? Wieso gehst du top? Was? Ey, ich hab zuerst gefragt. Ey, ich hab zuerst gefragt. Ey, pass auf, die... Das ist nicht, dass die hochkommen. Okay, die sind zerderbe, no, aber... Pass auf, dass der nicht in den Taurern geht. Hier, genau das ist mein Ding. Geh weg, geh einfach weg, lauf einfach. Ey, der ist schneller als ich. Oder so fett ist. Okay. Ich geh schon. Ey, du. Pass auf, nicht, dass er dich grabt. Oh. Shit. Wie soll man gegen sowas aufpassen? Gmeh, speed! Gott gleich. Gott gleich. Ich habe nichts zu verlieren. Okay, jetzt ist... Eigentlich... Eigentlich bin ich schlecht und tut gut. Es ist so wie immer. Gib mir ein Ziel. Oh. Keine Vergegnung. Keine Vergegnung. Alter, der gammelt noch mit Level 4 rum. Während ich Level 8 bin. Ich bin auch erst Level 5. Aha. Leben gesperrt. Boah, das war schlecht. Digga, lauf doch nicht weg. Ich darf doch nicht weg. Aha, daneben. Ich bin grad spontan aus Versehen ausgewichen. So Pro bin ich. Ich mach das nicht mehr bewusst. Lass dich wieder auf. Naja, schau was ich nicht gemeint hast. Oh. Nicht so schlimm. Warum kann ich dich auch so schnell wieder verwandeln? Ist doch voll unfair. Der, der sich gerade zurück verwandelt. Oh. Holy shit. Das Damage. Overpowered. Ein Beschwörer hat das Spiel verlassen. Lol. Das ist auch noch weg. Das ist auch noch weg. Das muss ich hier auch noch alleine spielen. Ich hab ein Leg. Nee, du hast das Spiel verlassen. Ja. Deswegen bin ich wieder da. Oh, interesting. Okay. Ja, schau jetzt bin ich wieder da. Alter. Oh man, jetzt ist den ganzen Weg nochmal neu laufen. Fuck. Ich glaub ja, wenn ich nicht da wäre, hättest du eine bessere Chance zu gewinnen. Alleine. Sicher. Du brauch ja jemanden mehr wirklich. Ja, aber dann würden sie nicht so viel Gold kriegen und sie mich die ganze Zeit töten. Weißt du? Weicht. Es gibt keine Erlösung. Man kann dem Brook auch ausweichen. Ja. Komm. Auf die Niederli. Auf die Niederli. Das ist das gewesen, wo ich daneben geschossen hab. Vielen Dank.